Moin meine Lieben und Willkommen zu einer neuen Runde mit Taxi Time On Tour im schönsten Winter Wunderland. Gleich geht's los nach dem Intro. Heute kann ich endlich mal wieder eine kleine Runde fahren. Ich habe die letzten drei Tankfüllungen damit verbracht, Kinder auf Schlitten zu ziehen. Ich konnte nicht wirklich irgendwo mal alleine, so wie ich der Schnee draußen war und die Kinder, oh siehst du es mit Schlitten und natürlich sagt man dann nicht nein. Und auch abends dann, gerade wenn es dunkel war, dann nochmal schön über die Straßen ziehen, war ja auch alles schön vollgeschneit. Heute ist so das erste Mal, wo der Asphalt wieder ein bisschen zu sehen ist. Wobei ich glaube gestern sogar schon. Aber gestern konnte ich nicht fahren. Ne, das war ein bisschen doof. Aber es war auch selbstverschuldet. So, warum hat das alles nicht hingehauen? Oder warum war es selbstverschuldet? Das ist ganz einfach. Wie gesagt, ich habe die, sind meistens über Feldwege oder sonst was gefahren. Also sehr, sehr viel hoher Schnee war, wo man sich immer durchwühlen musste. Und ja, da habe ich jetzt mal so ein bisschen die Tücken des Wetters leider zu spüren bekommen. Und deswegen halt auch selbstverschuldet. Weil ich wollte gestern eigentlich eine kleine Runde mit dem Quad fahren. Das hat auch einen Kumpel angerufen, meint so, ey, hast du nicht Bock heute Abend so ein bisschen im Dunkeln? Schön, wir zwei eine Runde durch den Schnee ballern. Dachte ich theoretisch ja. Ich muss zugeben, nicht nur das Quad ist ausgefallen, ich auch. Ich habe mächtig Muskelkater gehabt durch diese ganze Schneeschieberei. Die nächsten Werkstattvideos jetzt im Frühjahr, ihr werdet mich wahrscheinlich kaum wiedererkennen. Also ich werde wahrscheinlich ein Kreuz haben wie so ein Tier. Ich bestee quasi nur noch aus einem Schneeschiebemuskel. Ja, was war zum Teil echt? Ich musste, der schlimmste Tag war fünfmal an einem Tag den Hof leer schieben. Der ist leider auch ein bisschen größer bei uns und das war schon ein bisschen kacke. Und das habe ich dann abends immer auf dem Sofa quasi gespürt, wo ich dachte, alles tut weh, du bist alt, du stirbst. Das war so, ihr kennt das Spiel wahrscheinlich. Aber wie gesagt, so wie das wir getan hatten, müssen da Muskeln gewachsen sein. Ich brauche wahrscheinlich neue Pullis und alles Mögliche hier jetzt, weil ich passe nirgends mehr rein. Ich bin nur noch ein Tier. Worauf wollte ich denn hinaus? Dadurch, dass ich jetzt so einen Muskelkörper habe? Nein. Warum die Maschine nicht fuhr und warum das selbstverschuldet war? Wir bleiben mal hier so mitten schön im Schnee stehen. Das ist so ein wunderschöner Hintergrund, so total romantisch. Und ich hole das Tier nicht raus und wir machen mal weiter. Ja, warum? Oh, ich muss noch meine Sonnenblende... Ui, ist das hell. Ja, ich fahre die ganze Zeit mit Sonnenblende, weil es ist echt tierisch hell. Selbstverschuldet, ja. Durch den ganzen hohen Schnee war hier unten alles... Also es war bis hier oben hoch alles voll mit Schnee gewesen. Auch hier hinten mit der Antriebswelle und so weiter. Und auch hier innen drinne im Rad mit dem Bremsen und alles Mögliche. Und ich habe das eigentlich nur gemerkt, ich bin dann raus, wollte eine kleine Runde drehen, setzte mich drauf und dachte, warum kannst du die Bremse hier nicht mehr betätigen? Kaputt oder was? Nee. Hier, das Ding war komplett ein Eisklumpen. Auch halt unten drunter und auch das Gestänge da hinten war einfach nur ein Eisklumpen. Es ließ sich nichts mehr bewegen. Ja, das Doofe war nämlich, ich habe nach dieser ganzen Schlittenzieherei und alles dann abends auch keinen Bock gehabt, in der letzten Nacht oder vorletzter Nacht war es genau, das Quartier in den Schuppen zu stellen. Nee, ich habe es einfach zwar untergestellt draußen, aber halt draußen. Ja, und durch die Motorwärme ist scheinbar der ganze Schnee angeschmolzen oder irgendwie sowas und dann zu einem dicken Eisklumpen geworden. Es ging gar nichts. Ich konnte es nicht vorrollen, nicht zurückrollen und nix. Und ja, ich habe dann erstmal eineinhalb Stunden damit verbracht, mit Hammer und Meißel ein wenig alles freigängig zu machen und das Eis zu entfernen. Dann konnte ich so halbwegs wieder alles lenken, fahren und alles und habe es erstmal schnell vorsichtig in den Schuppen rein, habe da die Heizung angemacht, alles ein wenig abtauen lassen. Deswegen konnte ich gestern nicht fahren. Eigene Doofheit. Warum habe ich es nicht reingestellt? Ja. Ich muss dazu sagen, wir hätten aber auch gestern, also die Nacht, wo das passiert ist, war glaube ich, ich hatte nicht aufs Wetter geachtet, beziehungsweise nicht auf den Wetterbericht und nix geguckt. Das war wohl die Nacht bis minus 26 oder minus 25 Grad oder irgendwie sowas. Richtig kalt. Für das Quad war es wohl zu kalt. Ja, also war nix mit Spaß. Nennen, 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 nennen. So. Wir werden hier jetzt nicht wildes Schwein spielen, weil hier laufen doch zu viele Leute rum. Ist mal ein bisschen blöd und nervt ihr es wahrscheinlich. Und bin ein anständiger Vlog. Ja, also habe ich selber dafür gesorgt, mir den Spaß zu nehmen an einem Tag. Aber keine Sorge, ganz, ganz spaßlos war es nicht. Ich hatte ja noch meinen Muskelkater. Ja. So, jetzt hätte man ja sagen können, ja, hast ja noch andere, nimm doch die. Ja, also erst mal die gelbe. Nein. Die wird bei dem Wetter garantiert nicht rausgeholt. Und erst mal will ich dieses Salzkram definitiv nicht an der gelben habe haben. Und ja, die ist tiefer, härter, breiter, Straßenreifen, da geht hier nix im Winter. Und ja, die Raptor wäre theoretisch möglich gewesen, aber leider in dem Schuppen, wo sie jetzt drinnen stehen. Ich habe den Weg da hinten hin nicht so frei gemacht. Der kommt nicht mehr durch, da ist zu viel Schnee, zu hoch. Da muss ich quasi erst mal den Weg bis zur Straße freikehren, um die Maschine rauszukriegen. Und wie gesagt, ich hatte Muskelkater. Also, nö, war nix. Aber auch wenn ich quasi jetzt im Winterschlitten-Ziehdienst gewesen bin, ja, hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht mit den Kids. Ich habe auch meistens immer alle wieder mit nach Hause gebracht. Also so viele, wie ich hinter hatte am Anfang, waren auch eigentlich immer am Schluss wieder dran. Aber alles richtig gemacht. Aber wir haben so richtig coole Aktionen gemacht. Das ein bisschen ärgerlich ist, bei uns waren ja die Straßen alle komplett zugeschneit. Also einfach nur eine geschlossene Schneedecke. Das war super. Ich hatte ja noch eine halbe Stunde über zehn Jahre oder so im Schrank liegen gehabt. So einen aufblasbaren Schneering. 1,30 Meter Durchmesser. Geil. Das ist so wie im Urlaub quasi dieses Bananasurfen oder Ringfahren oder wie das da auch immer heißt. Ja, ich das Ding hinter das Quad gespannt, Kinder drauf, Vollgas gegeben und diese durch diesen Eiskanal hin und her. Und das hat richtig Laune gemacht. Und ja, da haben wir nur zwei drauf gepasst. Da meinte ich ja, Moment mal, wir haben doch noch ein großes Schlauchboot. Da habe ich das rausgesucht. Da hätten dann vier, fünf Kinder reingepasst. Das hatte ich dann ja den einen Morgen kurz vor der Arbeit habe ich das kurz rausgesucht gehabt. Habe es schon mal reingelegt. Was hat man draußen gelagert, damit das zusammengefaltete Ding erstmal ein bisschen aufdauen kann. Ja, wollte dann anfangen mit, ja, aufpusten. Da kam dann der Schneeschieber mit ganz viel Salz und sonst was. Und ja, nachdem ich dann Feierabend irgendwann gemacht habe, dachte ich, so jetzt kannst du das Ding aufpusten, Kinder reinschmeißen und ein bisschen Spaß haben. Da sah die Straße leider, ja, ein bisschen mehr nach Asphalt aus. Da war es in der Mitte schon überall so weggeschmolzen. Da dachte ich, wenn du da so ein Schlauchboot drüber ziehst, das geht nicht lange gut. Also wieder eingepackt und weg. Schade, das wäre nochmal richtig cool gewesen. War leider nichts, war leider nichts. Ja, und jetzt sind es alle so weit, die haben ja, also bei uns fährt der Streuwagen dreimal gefühlt am Tag lang. Also zweimal kriege ich auf jeden Fall mit. Ob er in der Mittagszeit da irgendwann noch lang fährt, weiß ich nicht. Aber immer schön am Salz streuen und das löst irgendwie alles auf. Und ja, jetzt sind die Straßen alle wieder asphaltiert. Oder auf dem Feldweg oder sowas wollte ich das mit so einem Schlauchboot nicht unbedingt machen. Weil dadurch, dass die ganzen Leute da halt überall langlaufen, ist es halt ziemlich plattgetreten. Und wenn dann doch mal irgendwo so eine Steinspitze oder sowas rausguckt, ist es halt ärgerlich, wenn man da nicht alles kaputt fährt. Außerdem muss ich es da auch erstmal hinkriegen. Das Ding ist echt groß, also von der Länge her bestimmt, ja, größer wie das Quartier. Und ich komme jetzt halt nicht mehr auf Schnee zu den Schneestrecken hin. Das macht das alles ein bisschen schwieriger. Naja, aber heute fahren wir erstmal so eine kleine, oder ich mache so eine kleine Kopffreirunde. Heute glücklicherweise hat das mal mit glücklich Feierabend so halbwegs geklappt. Und die Kinder sind auch schon draußen, die wollten zu Eckenrodeberg hingehen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, Jacke an. Es sind ja frische minus 10 Grad oder so, also wunderbare Fahrtemperaturen. Aber ich bin super dick angezogen. Also mit den Sachen am Wochenende, 10 Uhr morgens raus, abends 18, 19 Uhr wieder rein, den ganzen Tag draußen gewesen. Nicht einmal gefroren. Perfekte Klamottenwahl. Hatte ich, glaube ich, schon mal ein Ziel gehabt. Also Motorradhose hier drunter und darüber einfach so eine normale Schneehose. Obenrum das Gleiche, halt eine normale dicke Hecke nochmal drüber. Das passt schon. So, ich fahre jetzt nochmal quasi hier so ein bisschen weiter weg und wollte mir da mal so die Nebenstrecken so ein bisschen angucken. Aber wenn ich das so ansehe, hier liegt weniger Schnee als bei uns. Also wenn ich mir die Felder und sowas angucke, da kommt mehr Grün durch. Da könnte ich nachher nochmal probieren, langzufahren. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Weil wenn ich glaube ich immer machen. Ja, das ist hier so unterschiedlich. Du fährst hier ein, zwei Orte weiter und das ist gefühlt eine ganz andere Winterlandschaft. Ist schon Wahnsinn. Aber hier scheint echt weniger runtergekommen zu sein über uns zu Hause. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall so eine kleine Story der letzten Tage gehört. Deswegen, ich habe auch keine Videos aufgenommen. Wie gesagt, wo ich die ganze Zeit die Kinder und alles gezogen habe, habe ich die Kamera nicht mitgehabt. Ich habe zwar viel mit dem Handy und sowas gefilmt, aber das ist eigentlich mehr für den Familienkreis gedacht. Nicht für euch. Nein. Und ja, kleine Vorwarnung. Wie gesagt, wenn jetzt die nächsten Werkstattvideos kommen. Ich hoffe, ich komme noch durch die Werkstatt durch mit meinem breiten Kreuz. Kommen wir da noch mit rüber? Kommen wir da mit rüber? Ja! Super! Geil. Das ist doch der ideale Moment, mit so einem Glücksgefühl hier das Video zu wenden. Also, wenn es euch gefallen hat, dann ist gerne ein Däumchen oben da. Gerne noch einen Kommentar in. Diesen Tag, wie immer. Schauen wir uns rein. Mit Toxic Time.